Kommentar von RayGarby330 Solche Schönheit! Ich merke, dass du mich schon seit langem unterstützt. Ich denke, dass du eine Gegenleistung verdient hast. Der wird dich verarschen, nur dass du es weißt. Das ist eine Gegenleistung. RayGarby330, was das alles heißt. Also, okay, okay, mhm, mhm. Hallo Fans, how are you doing? Thank you so much, lovely day. I'm fanlinking my page and music. May God bless you. I send you a request on here cause have much fans from about people claiming to be me. I always see your comments and likes on my Instagram post. God has a reason for all purposes. Ey, wer God nutzt, um Geld aus die Tasche vom Anderen zu ziehen, ja, es ist, wäre nicht die erste zu machen, aber ich sag euch. Turn the lights on und dann vielleicht weißt du, wir würden nie über Instagram Geld von irgendjemand verlangen. Wir würden nie über Instagram Geld von irgendjemand verlangen. wenn man Turnet aus als das die Tasche und der Tasche etwas verknasen. Wenn wir euch in den Tasche, dass der Taschen ist, das wird die Tasche, dort in der Tasche. Und das ist der Tasche, wo ich in den Tasche kann,